Hallo, ich bin der Nico. Ich bin 19 Jahre alt und mache zurzeit eine Ausbildung zum technischen Produktdesigner und bin aktuell im zweiten Lehrjahr. In meiner Ausbildung erstellen wir technischen Produktdesigner Bauteile und diese wiederum werden dann später in Baugruppen zusammen eingefügt. Generell ist die Ausbildung aber sehr weitläufig, also wir durchlaufen auch alle Abteilungen bei der ERO, wie zum Beispiel die Elektro-, die Pulverbeschichtung oder die Schweißerei und lernen da dann sozusagen den praktischen Teil, der auch für unseren Beruf sehr wichtig ist. Am meisten Spaß macht es mir tatsächlich, Betriebsmittel zu konstruieren. Ich finde, da kann man immer sehr kreativ sein und auch den Beruf sehr gut ausüben. Für die Ausbildung bei der ERO habe ich mich tatsächlich entschieden, weil ich auf der Ausbildungsmesse in Simmern tatsächlich so von der ERO das erste Mal gehört habe. Da waren auch die Azubis und haben halt die ERO vertreten und da hatte ich mich mit zwei, drei Azubis halt auch mal unterhalten und die kamen mir sehr freundlich rüber, wodurch ich dann dachte, ja, okay, ich schaue mir das mal an und dadurch habe ich mich dann hierhin beworben, was auch eine richtige Entscheidung war und was ich auch nicht bereue. Ich verbinde mit der Ausbildung von technischem Produktdesigner auf jeden Fall Teamfähigkeit, Kreativität und technisches Wissen bzw. technisches Verstehen.